Herzlich Willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Alin und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Brave in One Podcast. Mittlerweile ein Stück weit auch Pasterlins Podcast geworden. Nee, 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 mein Freund. So einfach ist das hier aber nicht. Nee, genau. Heute wieder ein paar Themen, was wir für euch vorbereitet haben. Und zwar geht es darum, wie man am besten damit umgehen kann, wenn man jetzt so vollkommen unmotiviert das neue Jahr gestartet ist. Einfach aus dem Grund, weil es bei uns dieses Jahr so ein bisschen so war, wir sind ja irgendwie echt gefühlt so ein bisschen in das Jahr gestolpert und waren irgendwie so gar nicht, wo geht es hin oder so was passiert. Und das wollten wir einfach mal zum Anlass nehmen, euch da so ein bisschen mit reinzunehmen. Und was wir gemacht haben, damit wir jetzt auch wieder voller Motivation sind und wie wir mit dieser Situation einfach umgegangen sind. Vielleicht ist das ja bei dem einen oder anderen auch so. Yes. Bevor wir richtig rein starten mit dem Thema, habe ich noch eine sehr aktuelle Einladung für euch, beziehungsweise für alle Frauen unter euch. Am Sonntag findet wieder, das fand schon einmal im September statt, das Beziehungsseminar statt. Das heißt, für alle Powerfrauen da draußen, die endlich ihre destruktiven Beziehungsmuster, Gedankenkarusselle, Zweifel oder innere Blockaden rund um Thema Partnerschaft loswerden wollen, Singles oder vergeben ganz gleich, ihr seid herzlich eingeladen. Das Seminar wird euch die drei Geheimnisse mitgeben, die drei Stellschrauben, woran ihr drehen könnt und arbeiten könnt, um diese Herausforderung in 2023 endlich für euch zu lösen. Deswegen herzliche Einladung Sonntag, 15.01.2023 um 11 Uhr. Der Link ist in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. Genau. Ich war schon in lauer Stellung und… Nein, nein, nein. Hat die Darlene was vergessen? Nein, war mir nicht sicher, ob sie jetzt auch nochmal Datum und Uhrzeit nennt. Sonst hätte ich das jetzt nochmal genannt. Genau. Also, kommen wir zum Thema. Unmotiviert ins neue Jahr starten. Am besten nicht, ne? Aber genau, was ihr jetzt tun könnt, wenn es jetzt tatsächlich doch war. Also, was wir gemacht haben oder was jetzt so, was uns erstmal geholfen hat, war, erstmal so zurückzugucken. Das ist der erste der drei Punkte. Genau. Unser erster Punkt heißt anerkennen, was war. Heißt, wir sind in das vergangene Jahr reingegangen, haben geschaut, was haben wir erlebt, was waren die Erfahrungen, die wir gemacht haben, was waren vielleicht auch Meilensteine unserer Beziehungen, die wir gemeistert haben. Was haben wir mit Kind erlebt, was waren vielleicht auch die Meilensteine von dem Kind, welche Erfahrungen haben wir vielleicht auch noch gar nicht so wirklich für uns realisiert oder verarbeitet, die aber unterschwellig noch in uns rumgerödelt haben. Da sind wir ganz viel reingegangen und haben geschaut, so, ja, Dalin macht das immer gerne mit dem Kalender. Wir arbeiten halt sehr gerne mit dem Google-Kalender. Und da geht Dalin immer alles durch, so, was sind die Termine gewesen, was waren vielleicht auch die Urlaube, die Events, so, was hat man eigentlich alles erlebt? Und dann schreibst du das immer einfach nochmal so runter, ne? So ein Rückblick halt, ja. Ja, voll. Genau. Und ich weiß gar nicht, warum wir so unmotiviert irgendwie waren, aber wir sind so gefühlt ins Jahr gestolpert, ne? Und ich glaube, dadurch, dass irgendwie auch so die letzten Monate irgendwie voll anstrengend waren oder arbeitsreich und familienreich, kann man ja nicht sagen, aber es war einfach irgendwie viel los. Und wahrscheinlich hatten wir uns irgendwie auch immer noch nicht so davon überholt, erholt, dass wir auch umgezogen sind dieses Jahr. Und es ist halt einfach irgendwie viel auf einmal passiert. Genau. Und das ist halt, so wie du sagst, hängt das manchmal noch so nach, ne? Wenn man das noch nicht so ganz verarbeitet hat. Genau. Ja, bei mir ist immer auch ganz viel, ich habe immer so das Gefühl, ganz viel arbeitet bei mir auch unterbewusst und ich habe da gar nicht so wirklich einen Zugriff drauf. Deswegen ist mein Mittel der Wahl da auch so, ja, so Meditation und so einfach so Innenschau, so nenne ich es jetzt einfach mal, wo ich einfach mal so die Gedanken kommen lasse und so mit der Intention so ins letzte Jahr so reingehe. Und da kommen manchmal Situationen hoch, von denen ich gar nicht mehr wusste, ah ja, stimmt, krass, das war ja auch noch. Und das sind oftmals Dinge, die man noch nicht so hundertprozentig verarbeitet hat, wo man aber im Alltag vielleicht auch gar nicht die Zeit oder die Kapazitäten für hat, da nochmal so reinzugehen. Und ja, das hängt bei mir immer so nach und das hilft mir auf jeden Fall, ja, Dinge auch abzuschließen und dafür ist der Jahreswechsel halt perfekt. Absolut, ja. Ja, genau, also für uns war echt so eine Erkenntnis, ich so, boah, warum bin ich so unmotiviert? Eigentlich freue ich mich immer auf Silvester, ich mag das gerne zu reflektieren, ich mag es gerne so einen frischen Start ins neue Jahr zu haben. Natürlich diesmal lag Silvester auch einfach terminlich blöd, fand ich, weil wir hatten ab dem zweiten so gesagt, okay, wir starten langsam, wir machen so Backoffice-Aufgaben und so. Und starten dann halt jetzt am neunten mit dem Team und auch jetzt heute eben wieder mit dem Podcast. Aber irgendwie, es wird auch nicht so ganz reingekommen, vielleicht weil Silvester einfach auch blöd lag. Aber genau, für uns war es eine Erkenntnis so, hey, wir haben aber auch noch nicht vorausgeschaut, was passiert denn in diesem neuen Jahr? Was wünschen wir uns, wo wollen wir hin, wo wollen wir auch reinwachsen, was wollen wir erleben? Und genau, wir haben eigentlich sonst immer ein bisschen mehr Zeit sonst für Reflexion. Dieses Jahr ist unser Baby kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind und fordert wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Das bedeutet, ich glaube, letztes Jahr hatten wir einfach noch wesentlich mehr Zeit. In den letzten Jahren. Generell so Jahren, ja, ja. Und ich glaube, das war einfach so ein bisschen, was dann dadurch so ein bisschen nachhing. Und ja, deswegen war so einfach so die Erkenntnis, hey, wir haben ja auch noch nichts, worauf wir uns so richtig freuen können. Und ja, wir haben erst mal geschaut, so das war der erste Punkt, anerkennen, was eben war. Wir haben einen Rückblick gemacht, haben unsere Reflexionen gemacht, haben aber auch einfach angenommen, das ist so der zweite Punkt, was gerade ist. Also, wir haben es versucht, zumindest nicht zu verurteilen, dass wir jetzt gerade unmotiviert oder vielleicht auch ein bisschen ausgelaugt sind oder fertig sind und uns noch nicht so nach einem frischen Start ins neue Jahr gefühlt haben. Obwohl wir schon durchaus Lust hatten auf das, was eben jetzt auch im Januar gerade alles passiert. Aber normalerweise stellt sich das bei unseren, wir machen eigentlich immer drei Wochen Winterpause, stellt sich das eigentlich immer normal ein. Aber dieses Jahr war das irgendwie alles ein bisschen komisch. Und deswegen haben wir einfach so gesagt, okay, es ist gerade okay, auch anzunehmen, was jetzt gerade ist, auch in der Reflexion, wie fühlen wir uns gerade, waren auch viele negative Gefühle, sage ich mal, dabei. Aber trotzdem, das war okay für den Moment. Heißt ja auch nicht, dass es dann immer während anhält. Und so war es dann auch. Erst mal nochmal dazu zu sagen, auch negative Gefühle haben ihre Berechtigung. Also, braucht man jetzt auch nicht verurteilen. Wir sehen das immer so als … Einladung, da ist ein Schatz, wer braucht. Ja, boah, ey, kriege ich zu viel. Dieser Satz. Ja, ich sehe das immer so als Signal, so da ist irgendwas, was in meinem Leben noch nicht hundertprozentig so ist, wie ich es mir vorstelle. Und dann ist das für mich so der Punkt, okay, cool, dann kann ich da einfach nochmal hingucken und nochmal schauen, okay, was, was kann man da vielleicht machen so. Aber jetzt, in dem Punkt, ist erst mal alles so gut, wie es ist. Genau. Und der dritte Punkt … Vorfreude. Ja, Vorfreude auf das, was kommt. Und dafür braucht man eben Dinge, auf die man sich auch freuen kann. Und das sind in der Regel Pläne, die man macht, Urlaube, die man vielleicht im Kopf hat, berufliche Ziele, die man vielleicht verfolgen möchte. Weil wenn man halt total unmotiviert ist, dann liegt das halt häufig daran, dass einem eine Richtung fehlt. Man muss gar nicht so, wir sind da, also ich bin da mittlerweile auch kein Fan mehr von sozusagen, okay, dieses Jahr muss ich genau dieses Ziel erreichen. Und am Ende des Jahres denken wir so, ja, wird er nicht erreicht, ich bin total unzufrieden. Sondern was mir halt immer total hilft, ist mir eine Richtung für dieses Jahr zu geben. Und was wir immer machen ist, wir geben dem Jahr so ein Wort. Da haben wir auch eine Podcast-Folge zu. Haben wir auch einmal Anfang des Jahres gemacht. Genau, mit Intentionen ins neue Jahr starten, ne? Also könnte ein Jahr mal zurückspringen. Ein Jahr oder vielleicht auch … Vielleicht auch zwei. Zwei, drei. Keine Ahnung, genau. Aber so dem Jahr einfach so eine Intention zu geben und das ganze Jahr so, ja, mit dem Fokus auf dieses Wort, ja, so anzugehen. Und das hat uns einfach total geholfen. Das haben wir jetzt auch … Dieses Jahr sind wir uns noch nicht ganz hundertprozentig einig, was das Wort ist. Wir sind dem sehr nah. Ja, ich habe meins. Okay, dann habe ich es noch nicht ganz. Aber genau, das hilft einfach total, ja, auch wieder Vorfreude zu entwickeln und auch motiviert ins neue Jahr zu starten. Und so ein bisschen den Horizont auch dafür zu öffnen, was halt möglich ist. Ja, man muss halt auch dazu sagen, bei uns ist es so, dass wir auch nicht wie … Also viele planen ja ihre Urlaube und wissen ganz genau, hey, im Mai fahre ich weg, im August mache ich das, dann feiere ich Geburtstag. Und also das haben wir halt nicht. Also das Jahr war irgendwie wie so ein weißes Blatt bei uns. Und wir machen halt so, okay, was wollen wir gerne erleben? Und dann schreiben wir halt eben Dinge auf, die wir gerne erleben wollen, ob es jetzt beruflich sein soll, privat, im Familienkontext, im partnerschaftlichen Kontext. All diese ganzen Dinge. Und ja, das hatten wir halt einfach noch gar nicht gemacht. Und nachdem wir das gemacht haben, habe ich mich wirklich, ich habe mich sehr, sehr, sehr viel besser gefühlt. Einfach aus dem Grund, dass ich so weiß, geil, dieses Jahr passieren so viele schöne Dinge. Wir bleiben flexibel in den Sachen, definitiv. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, hatte ich mir auch aufgeschrieben, ach, wollen wir nicht den Winter schon irgendwie vielleicht Monat mal irgendwie woanders sein? Hat jetzt einfach gar nicht reingepasst, ist aber auch gar nicht schlimm. Also es geht für mich vielmehr darum, so diesen Raum zu öffnen im Sinne von, boah, was wäre denn alles möglich, wenn ich jetzt einmal träumen würde? Was, ja, was nehmen wir uns irgendwie auch so vor? Und was wäre so richtig geil, wenn wir das dieses Jahr erleben würden? Und wenn man sich eben, also wenn man so diesen Raum der Träume einmal öffnet, das ist halt so schön, da dann halt einfach auch so zu beobachten, wo man hingeht. Weil wenn man diese Richtung hat, dann hat man so einen Nordstern, so einen Kompass. Aber es ist halt nicht so, dass die Ergebnisse so fix sind, sondern man sich so eher so ein bisschen mehr vom Leben überraschen lässt, so würde ich sagen, glaube ich. Ja, und für alle, die sich jetzt als Ziel für dieses Jahr gesetzt haben oder setzen, dass sie sich von ihren destruktiven Beziehungsmuster lösen möchten, nochmal eine kurze Einladung für der Lean-Seminar am Sonntag. Ja, also das ist wirklich eine ernsthafte, ernsthaftige Einladung, einfach weil ich habe mit so vielen Klientinnen zusammengearbeitet. Ich habe mit so vielen Frauen Erstgespräche geführt, Kennenlerngespräche. Und da ist so viel Schmerz teilweise, so viel Anstrengung, so viel Herausforderung, die einfach gar nicht sein müsste. Und man muss halt nur an den richtigen Stellschrauben drehen. Und deswegen ist das echt so meine Mission und mein Herzensanliegen da, nochmal Powerfrauen in eine erfüllte Partnerschaft zu bringen. Genau, ihr Lieben, das waren unsere drei Punkte zu dem heutigen Thema Unmotiviert ins neue Jahr gestartet. Ich wiederhole sie nochmal einmal. Der erste Punkt ist anerkennen, was war, heißt Reflexion, zu gucken, was passiert ist, entweder durch Meditation oder durch den Kalender gucken, so haben wir es zumindest gemacht. Das zweite ist anerkennen, was ist. Alle positiven und negativen Gefühle dürfen alle sein. Und das dritte ist, Vorfreude auf das, was kommt, entsteht dadurch, dass man dem Jahr eine Intention gibt oder Ziele setzt oder Dinge einfach auch schon plant. Genau, das sind unsere drei Punkte. Wir hoffen, ihr konntet wieder was mitnehmen und freuen uns darauf, euch nächste Woche mit der zweiten Folge hier in diesem Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.